LpvTV, wir sind hier aus Iserlohn und es regnet furchtbar. Hier im Hintergrund werdet ihr gleich das sehen. Schaut euch das auch mal an. Ist das nicht furchtbar? Ein trauriges Spiel hier. Du warst das. Du warst das. Meine Schuhe sind zählt. Seht ihr gut? Hey, guck mal unter deine Schuhe bitte. Hier ist aber auch nicht. Ich hab keinen. Aber warte mal, hebt mal hoch. Na ja, andere Seite. Was war das? Nix. Auge, guck mal unter deine Schuhe. Hör mal, ohne jetzt so viel ein bisschen zu nahe zu kommen. Aber ich meine, der hat ja vorhin gesagt, dass die Tierigkeit kommt. Willkommen zu Bike & Music Weekend. Wo? Was? Wo? Bike & Music Weekend. Geil, jetzt sind bestimmt heiße Bräute. Boah, ist das voll die Geisterstadt hier. Ja, echt. Geisterstadt. Gibt ihr es auch? Ja, ja. Krass. Mach mal hart, ist hier alles tote Hose. Sie ist kein Pumdensch. Die Bürgersteige schon umgeklappt oder was? Tote Hose. Hallo. Hallo. Servus. Zur Hauptbühne. Zur Hauptbühne. Haben Sie beendet? Ja. Ja. Einfach da gerade. Wir müssen es dir in Papier-Fronten, wo es parken können. Okay. Okay, danke. Super, danke. Danke. Wir sind da. Hier. Held mich auf den Raum. Held mich auf. 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 Es geht um zu uns, wenn man etwas zu tun kann. Also geht's euch, kumpadre. Ja, mach mal ein Foto. Kannst du weh? Wollt ein Konzept oder weh? Weh, weh, weh!